Aufstehen, Private Allen! Die Ranger übernehmen! Die Verwundeten direkt zur Trauma-Behandlung bringen. Mein Helikopter steht bereit. Meine Herren, das war gute Arbeit in der Stadt. Private Allen, ab sofort erhalten Sie Ihre Befehle von mir. Ich erzähle Ihnen alles im Heli. Los! Sergeant Foley, hier ist General Shepard. Ihr Ziel ist es, eine wichtige Person aus einem Panikraum im ersten Stock dieses Hauses zu evakuieren. Er wird Sie erwarten. Der Code ist Icepick. Die Losung Phoenix. Holen Sie ihn da raus und erstatten Sie oberlaut Bericht. Shepard, Ende. Die Navy sagt, geht nicht. Verschwinden Sie von da. Bravo, Sex, Sie haben die Bombardierung bereits begonnen. Nichts wie weg da. Sofort! Ich verschaffe Ihnen etwas Zeit. Ein Mann in einem Gulag bedeutet der Navy im Moment nicht viel. Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt. Bereithalten. Bravo, Sex, Sie haben das Feuer eingestellt. Gehen Sie weiter. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende. Hier ist Shepard. Wir sind fast an der Landezone. Wie ist Ihr Status? Ober. Haben Sie die DSM? Gut. Ein Problem weniger. Verstanden. Ghost, lassen Sie Ihren Trupp alles für einen Einsatzbericht einsammeln. Namen, Kontakte, Orte, alles. So soll es sein. Das Evakuierungsteam kommt in circa fünf Minuten. Holen Sie die Informationen. Shepard, Ende. Es ist Price. Premierobjekte sichern und den Rest verbrennen. Feuertrofs. Halten Sie sie nur auf, bis wir abzugsbereit sind. Es ist Price. Premierobjekte sichern und den Rest verbrennen. Feuertrofs. Halten Sie sie nur auf, bis wir abzugsbereit sind. Shepard, Ende. Achtung an alle Einheiten. Hier Goldiegel. Die Anlage wurde infiltriert. Direktiver 116 Bravo. Wer noch drin ist, vielen Dank für Ihren Einsatz. Shepard, Ende. Verstanden. In Richtung Tunnel. Wir nehmen die Boote. Excalibur. Hier Goldiegel. Feuermission. Zielpaket Romeo. Einschlag in der Nähe. Das ist kein Vorschlag. Starten. Castrol 3-2 sind noch in den Höhlen. Position halten und weiter beobachten. Goldiegel Ende. Castrol 3-2 sind noch in den Höhlen. Bereit halten. Worauf warten Sie, McTavish? Wie heißt es so schön? Man sollte bereit sein, zwei Gräber zu graben. Jetzt bringen Sie es schon zu Ende. Das ändert nichts. Ich wusste, Sie können es nicht. Sie sind ein guter Kämpfer. Aber den letzten Schritt, das Notwendige zu tun, haben Sie nicht drauf. Wieso? Wieso? Muss man das wirklich noch fragen? Mehr nicht. Mich zu töten, ändert nichts. Wir haben damals unseren Kampfgeist verloren. Vergeben Sie mir. Sie verstehen. Der Kampfgeist der Amerikaner ist gebrochen. Vor fünf Jahren tötete Sakhaev 30.000 Marines in einem Atemzug. Und die Welt hat untätig zugesehen. Wir sind schon lange im Krieg. Unsere Koalition hat die ewigen Niederlagen satt, bedrohen, erfordern Entschlossenheit. Vor fünf Jahren habe ich 30.000 Männer in einem Atemzug verloren. Und die Welt hat untätig zugesehen. Morgen werden uns nicht die Freiwilligen fehlen. Da gibt es genug Patrioten. Ich weiß, Sie verstehen das. Ich bin ein Patriot, McTavish. Ich tat nur, was nötig war. Avatar 1. Ziel neu erfassen und erneut versuchen. Feuer frei. Feuerfreigabe. Einschlag in der Nähe. Feuerfreigabe. Erledigt sie. Avatar 1. Lagerbericht. Over. Verstanden. Warhouse 5.1. Achtung, wir sind schnell. Habe verstanden. Bereithalten.